Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein, doch wie wäre es, wenn wir das Gewicht unseres Faltkrawananhängers auf einen Schlag um bis zu 14 kg reduzieren und dabei erst noch den Schlafkomfort erhöhen könnten? Genau dies haben wir für das diesjährige Setup getan. Bei den Recherchen zum Thema Wintercamping mit Faltkrawan – etwas, das ich persönlich unbedingt einmal ausprobieren möchte, auch wenn meine bessere Hälfte davon nicht gerade begeistert ist, sind wir auch sämtliche Videos der Camplet Winter Challenge durchgegangen. Dabei ist uns an einer Stelle etwas aufgefallen, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Nämlich, dass zwischen der Matratze des Camplet Faltkrawans und dem Camplet Isoliermatten-Set für den Winter nicht ein normaler Camplet Lattenrost lag, sondern ein Bettsystem aus dem Hause Frohli. Dieses gibt es in vier verschiedenen Varianten. Frohli Zona Mobil, welches angeblich für schwergewichtige Schläfer optimiert wurde. Frohli Score Mobil, welches mehr auf optimale Belüftung und Herdegradanpassung ausgelegt ist. Frohli Star Mobil, welches enorm Platz- und Gewicht sparend ist. Und Frohli Travel, welches ideal für geringe Höhenprofile, aber auch abgerundete sowie verwinkelte Campingbetten geeignet ist. Die beiden Varianten Zona und Score fallen beim Camplet aufgrund der Aufbauhöhe von 6 cm bereits weg, denn der offizielle Camplet Lattenrost ist gerade einmal 3,5 cm hoch. Somit würden wir also mit diesen beiden Optionen den Stauraum im Inneren des Anhängers um 5 cm verringern, zumal die Varianten Zona und Score aufgrund der Höhe und dem dafür nötigen Material natürlich auch die beiden schwersten Optionen sind. Von der Höhe her kommt also die Variante Travel mit 3,7 cm, dem Camplet Lattenrost mit seinen 3,5 cm am nächsten. Allerdings geht das kompaktere Design auf Kosten des Gewichtes, welches mit 2,6 kg pro Quadratmeter schon fast auf dem Niveau der Variante Score ist. Zumal wir keinen Nutzen aus dem für Rundungen und schrägen optimierten Design ziehen können, da die Betten des Camplet Faltgravants nur aus rechten Winkeln bestehen. Somit sind wir am Ende beim leichtesten der 4 Varianten in Form des Frohli Star Mobil gelandet, welches mit einer Aufbauhöhe von 4,3 cm immer noch problemlos in den Faltgravant passt, ohne dabei den Stauraum merklich zu verkleinern oder das Einklappen der Küche zu blockieren. Zudem ermöglicht dieses den größtmöglichen Gewichtsverlust, was wiederum mehr Zuladung in und auf dem Anhänger möglich macht. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich? Das Frohli Star Mobil Bettsystem besteht aus vier verschiedenen Elementen. Fusskreuze, welche sämtliche Elemente miteinander verbinden, hellblaue Softfederelemente, welche besonders weich sind, um das Einsinken der empfindlichen Schulterzone zu ermöglichen, blaue Standardfederelemente, welche den optimalen Härtegrad für den restlichen Körper haben und rote Spannkreuze, welche optional in die Federelemente eingehängt werden können, um den Härtegrad an gewissen Stellen nochmals ganz individuell zu erhöhen. Beim Zusammenbauen legt man die Fusskreuze entsprechend übereinander, wobei man durch die Wahl des Lochabstandes, eng, mittel oder weit, entsprechend den Grundhärtegrad des Bettsystems einstellt. Wer gerne auf einem härteren Bett schläft, wählt eng. Wäre es lieber weich-hart, nimmt weit. Wir haben uns am Ende für die mittlere und als Standard bezeichnete Option entschieden, da die anderen beiden Varianten für unseren Geschmack zu hart bzw. zu weich waren. Und ja, wir haben in der Tat alle drei ausprobiert. Normalerweise wählt man einfach Mittel und beschließt nach dem Probeliegen, ob das Bett nicht doch härter oder weicher sein sollte. Im Lieferumfang ist übrigens ein spezielles Werkzeug zum Zusammenklipsen der Fusskreuze enthalten. Allerdings geht das Ganze locker auch ohne Flott von der Hand. Sind die Fusskreuze ausgelegt und verklippst, fügt man die Federelemente hinzu. Einfach die Elemente darauf legen und um 90 Grad drehen. Beachten sollte man hier, dass die weicheren Federelemente dort zum Einsatz kommen, wo die Schulterzone liegt. Auch hier ließ sich der von Frohli als Standard bezeichnete Aufbau mit zwei Reihen blau, dann zwei Reihen hellblau und der Rest wieder blau 1 zu 1 auf unseren Isabella-Camblet-Faltkrawan anwenden. Die optionalen roten Spannkreuze, welche dazu dienen, den Härtegrad an spezifischen Stellen zu erhöhen, haben wir bislang nicht genutzt. Wir nehmen diese aber vorsichtshalber für den nächsten großen Urlaub einmal mit, falls wir nach einigen Nächten doch noch einen entsprechenden Bedarf feststellen sollten. Das komplette Frohli-Star-Mobil-Setup in unserem Faltkrawan sieht am Ende also wie folgt aus. Auf der linken Seite bzw. dem Deckel des Faltkrawans ist der Grundriss rechteckig. Somit käme man mit dem kompletten Setup auf 12x8 Elemente, wobei wir die vorderen drei Reihen aktuell noch weggelassen haben, da dies in unserem Fall das Kinderschlafzimmer ist und diese stets im hinteren Teil schlafen. Zudem müssen die letzten drei Reihen sowieso von den restlichen neuen getrennt sein, da diese für den Transport entfernt werden müssen, sonst kann die Küche nicht eingeklappt werden. Den offiziellen Camplet-Lattenruß muss man eben auch zurückklappen. Auf der rechten Seite bzw. im Elternschlafzimmer kommen wir dank den Aussparungen für die Radkästen auf acht Reihen mit acht Elementen und vier Reihen mit sechs Elementen. Wer sich nun fragt, wie denn ein weicheres oder härteres Setup aussehen würde, dem können wir an der Stelle auch gleich weiterhelfen. Beim weicheren respektive weiten Setup würde je eine Reihe und eine Spalte an Elementen wegfallen, während beim härteren respektive engeren Setup je eine Reihe und eine Spalte an Elementen hinzukäme. Hier der Fotovergleich unseres Standard-Setups zum ebenfalls ausprobierten, aber für uns persönlich nicht als angenehm empfundenen harten Setup. Wie stark wirkt sich das FrodiStar Mobilbett-System nun auf das Gewicht des Anhängers aus? Der Isabella Camplet-Lattenrost schlägt in der linken Schlafkammer respektive auf dem Deckel mit 9,1 kg zu Buche, während die Variante der rechten Schlafkammer respektive dem Boden aufgrund der Aussparung für die Radkästen mit 8,6 kg minim leichter ausfällt. Aufgrund von Rückenproblemen bei meiner Frau haben wir uns in der rechten Schlafkammer bzw. dem Elternschlafzimmer noch eine Isabella Camplet-Matratzenauflage gegönnt, welche zusätzliche 5,9 kg auf die Waage bringt und 4 cm dick ist. Insgesamt kamen wir damit also auf stolze 23,6 kg, was rund 5 % des maximal zulässigen Gesamtgewichtes des Zeltanhängers respektive 10 % der maximalen Zuladung entspricht, wobei der Wert sogar noch höher ausfallen würde, wenn man die Küche und den Teichselkasten noch abzieht. Zum Vergleich, das FrodiStar Mobilbett-System schlägt in der Standardkonfiguration auf der linken bzw. Deckelseite mit gerade einmal 5,8 kg zu Buche, wobei die rechte bzw. Bodenseite sich auch hier mit 5,3 kg nur um 0,5 kg unterscheidet. Damit würden wir auf insgesamt 11,1 kg kommen und hätten stolze 12,5 kg Gewicht gespart. Allerdings haben wir im Kinderschlafzimmer ja den vorderen Teil noch komplett weggelassen, wodurch sich das Gewicht des FrodiStar Mobilbett-Systems auf der linken Seite nochmals auf 4,3 kg verringert und das Gesamtgewicht dadurch auf 9,6 kg sinkt. Am Ende ist unser FrodiStar Mobil-Setup also 14 kg leichter als unsere bisherige Kombination aus Lattenrost und Matratzenauflage, welche direkt vom Faltkrawanhersteller angeboten wird. Wir haben übrigens zuerst das Kinderschlafzimmer entsprechend umgebaut, um einen direkten Vergleich zwischen dem FrodiStar Mobilbett-System und dem Isabella Camplet Lattenrost mit Matratzenauflage im Elternschlafzimmer zu haben. Und was sollen wir sagen? Der Liegekomfort beim Froli war besser, was vor allem meine Frau überrascht hat. Manchmal ist weniger am Ende also doch mehr. Unter dem Strich haben wir also nicht nur 14 kg Gewicht eingespart, sondern auch noch den Schlafkomfort erhöht. Damit sind wir unserem für dieses Jahr gesetzten Ziel von einer Gewichtsreduktion um rund 15 kg bereits enorm entgegengekommen. Dennoch stehen noch immer einige Entscheidungen zur Optimierung unseres Faltkrawan-Setups aus. Den aktuellen Stand der Dinge findet ihr wie gewohnt auf falt.haus.setup und könnt so auch nachschlagen, was sich im Vergleich zur letzten Campingsaison noch so alles ändern dürfte. Bis zum nächsten Mal und frohes Campen!